Fremd gegen Chaos bei Temptation Island VIP In Folge 10 des TV-Treuetests ließ Paulina Lyubas nichts mehr anbrennen. Zwischen ihr und Verführer Dominik kam es zu heißen Küssen im Pool, sehr zum Leidwesen von Freund Hendrik Stoltenberg, woran die Vorschau auf Folge 11 keinen Zweifel lässt. Doch war Paulinas Kuss nur eine Rache-Aktion? Wie Sandra Janina jetzt auf Instagram ausplaudert, ist der Bonchlon-Zuschöpfer seiner Paulina bereits vor Monaten fremdgegangen. Und zwar ausgerechnet mit deren Temptation Island VIP-Mitbewohnerin Amy Russ. An einem betrunkenen Abend kam das raus, wo alle sehr betrunken waren. Hendrik war ja mit Amy bei Promis unter Pallen und ich glaube, man muss jetzt nichts sagen, dass da wohl im Pool keine Kameras waren und schon viel Fingerarbeit im Spiel war. Hendrik habe das Techtel-Mächtel mit Amy nach Abschluss der Dreharbeiten im Hotelzimmer fortsetzen wollen. Wie Sandra weiter auspackte, kam es dazu nur nicht, weil der Sender den 25-Jährigen aus der Show warf. Paulina selbst hat erst kurz vor ihrem Kuss mit Dominik davon erfahren, auch wenn von Emmys pikantem Geständnis nichts ausgestrahlt wurde. Für den einen oder anderen Format-Fan dürfte das Paulinas Pool-Ausrutscher jedoch in ein anderes Licht rücken. Für den einen oder anderen Format-Fan.